Die aseptische Anlage eines Harnblasenkatheters wird in der Universitätsmedizin Mannheim nur durch geschultes Personal durchgeführt. Zur Anlage des transuretralen Harnblasenkatheters sollte über der Dienstkleidung eine Schutzschürze getragen werden. Hände, Handgelenke und Unterarme müssen während der Tätigkeit für die korrekte hygienische Händedesinfektion frei sein. Die Anlage eines transuretralen Harnblasenkatheters sollte durch zwei Personen, die ausführende Person und die Assistenz durchgeführt werden. Für die Anlage wird eine aseptische Arbeitsfläche und die folgenden Materialien benötigt. Unsterile Handschuhe, Flächendesinfektionsmittel, ein Katheterset mit einem sterilen Schlitzlochtuch, einer sterilen Kunststoffschale und einem Kunststoffbecher, steriler Pinzette, sechs sterilen Tupfern und zwei sterilen Mullkompressen, Schleimhautdesinfektionsmittel, sterile Handschuhe, der sterile zweilumige Blasenkatheter, ein steriler Urinauffangbeutel, steriles Installationsgel und eine sterile 10ml Spritze mit 10ml Aquadestillata oder eine konfektionierte 10ml Spritze mit 8-10%iger Glycerinlösung ergänzen die Materialien. Nach einer hygienischen Händedesinfektion werden zunächst unsterile Handschuhe angelegt. Zur Vorbereitung der aseptischen Arbeitsfläche erfolgt eine Wischdesinfektion mit einem alkoholischen Flächendesinfektionsmittel. Dann werden die unsterilen Handschuhe abgelegt. Im Rahmen der Vorbereitung zur Anlage des Harnblasenkatheters wird zunächst eine Händedesinfektion durchgeführt. Anschließend wird der Patient in Rückenlage mit aufgestellten und gespreizten Beinen gelagert. Nach einer erneuten Händedesinfektion wird das Katheter-Set in der Peel-Off-Technik geöffnet und auf der aseptischen Arbeitsfläche positioniert. Die Innenseite der Verpackung dient dabei als sterile Unterlage. Das sterile Installationsgel wird ebenfalls in der Peel-Off-Technik geöffnet und auf der Unterlage abgelegt. Vor der Durchführung der Anlage des Blasenkatheters führt die durchführende Person zunächst erneut eine Händedesinfektion durch. Dann werden die sterilen Handschuhe angelegt. Durch die Assistenz werden die sterilen Tupfer in der Kunststoffschale mit Schleimhautdesinfektionsmittel gedrängt. Dabei ist beim Begießen auf den Abstand zur sterilen Arbeitsfläche zu achten. Während die Assistenz beruhigend auf den Patienten einwirkt, wird zunächst das sterile Schlitzlochtuch unter Aussparung des Penis über dem Genitalbereich ausgebreitet. Die durchführende Person fasst nun den Penis und führt im Bereich der Eichel die Schleimhautdesinfektion mit der Pinzette aus dem Katheter-Set und den mit Schleimhautdesinfektionsmittel gedrängten Tupfern durch. Dabei ist die Wischdesinfektion von der Harnröhrenöffnung über die Eichel nach außen gerichtet. Die gebrauchten Tupfer werden nach jedem Desinfektionsschritt neben der sterilen Schale abgelegt. Zum Schluss wird die Harnröhrenöffnung mit einem Tupfer desinfiziert. Mit der sterilen Hand wird nun das Installationsgel von der aseptischen Arbeitsfläche genommen und der wache Patient über die Installation des Gels in die Harnröhre aufgeklärt. Das Gel wird über die Harnröhrenöffnung vollständig eingeführt. Bei einer weiblichen Patientin spreizt die durchführende Person die großen Schamlippen und führt im Bereich des äußeren Genitale die Schleimhautdesinfektion mit der Pinzette aus dem Katheter-Set und den mit Schleimhautdesinfektionsmittel gedrängten Tupfern in der Wischrichtung von der Symphyse in Richtung Anus, das heißt von oben nach unten durch. Die gebrauchten Tupfer werden ebenfalls nach jedem Desinfektionsschritt neben der sterilen Schale abgelegt. Zum Schluss wird die Harnröhrenöffnung mit einem Tupfer desinfiziert. Die Gelinstallation ist aufgrund der kurzen weiblichen Harnröhre nicht notwendig, alternativ kann Gel auf die Katheterspitze gegeben werden. Nun wird durch die Assistenz der sterile Blasenkatheter in der Peel-off-Technik geöffnet und der durchführenden Person angereicht. Die Katheterspitze wird direkt mit der sterilen Hand über die Harnröhrenöffnung ohne Widerstand in die Harnblase eingebracht. Dabei muss beim Mann zur Überwindung des Übergangs von der Harnröhre in die Harnblase der Penis abgesenkt werden. Die korrekte Lage des Katheters in der Harnblase wird durch den Austritt von Urin aus dem Katheter angezeigt. Durch die Assistenz wird mit der sterilen Spritze über das Ventil der Ballon an der Katheterspitze mit einem Volumen gemäß Herstellerangabe gefüllt. Die durchführende Person verschließt dabei gleichzeitig den Katheter mit zwei Fingern. Nach der Füllung des Ballons mit Aquadestillator oder Glycerin kann der Katheter von der durchführenden Person bis zum federnden Widerstand langsam zurückgezogen werden. Der gefüllte Ballon kommt dann auf dem Blasenboden am Abgang der Harnröhre zu liegen. Beim Mann kann dann abschließend die Vorhaut zurückgezogen werden. Der Blasenkatheter wird zur geschlossenen Harnableitung anschließend mit dem Auffangbeutel verbunden und unterhalb des Blasenniveaus fixiert. Die durchführende Person entfernt nun das Schlitztuch, legt die PSA ab und schließt die Tätigkeit mit einer Händedesinfektion ab. Nach einer Wischdesinfektion der Arbeitsfläche wird die Anlage des transuretralen Blasenkatheters in der Kurve des Patienten dokumentiert.